heiligalli jemerspronze heiz echt mol tommynews extra ich hab ja gsagt die tommynews dann sind die wettnimmiggebe aber wenn mich irgendwas flasht dann wäre ich zu einzelnen videos doch mol tommynews mache nicht so regelmäßig also so lang war es ja net weil es einfach net so mein ding war aber ihr wisst wie ich meine ich hab ja seit lang einmal im monat die tommynews gemacht und das hab ich dann irgendwann aufgekehrt wieder und hab aber gsagt dass ich das dann zu einzelnen videos oder zu einzelnen ereignissen die passieren doch ohne umstand mach und das ist jetzt halt erst mal der fall die scheiße an der beleuchtung ist dass es nicht da ist wo man picture nichts mehr sehen ja ich hab mir wie immer natürlich notizen gemacht weil so aus dem kopf ist sowas dann doch ein bisschen schwierig ne ja es geht um den mann dem das universum gehört ja ich mein jetzt nicht gott ich mein ander karel gott ne ich mein wirklich es gibt einen mann der heißt dennis hope das ist jetzt kein scheiß der hat sämtliche planeten dieses sonnensystems in besitz genommen außer wahrscheinlich die erde weil naja die war ja schon ziemlich besetzt aber also er bezieht sich dabei auf zwei gesetze zum einen auf den internationalen weltraumvertrag von 1967 in dem steht dass der mond ähm keiner nation gehört noch niemals gehören darf ja er sagt es hieß du aber nicht dass er nicht andere privatpersonen gehören darf nur weil er keine nationen gehören darf und das andere gesetz auf das er sich bezieht das ist noch aus der pionierzeit wurde aber nie abgeschafft wie so viele bescheuerte gesetze in den usa ja ich bin aber ich darf das sagen und jeder andere darf das auch sagen weil gewisse gesetze einfach nur bescheuert sind aber jedenfalls ähm laut diesem gesetz kann man anspruch erheben auf unbesetztes gebiet und wenn innerhalb von sieben jahren keiner einspruch dagegen äh einwendet oder wie das jetzt ähm dann gehört es einem ja und so hat er sowohl den mond als auch sämtliche anderen planeten wie gesagt ich schätze mal die erde nicht aber ansonsten alle anderen für sich beansprucht er hat das ganze sogar an einige regierungen und so geschickt aber es hat keiner eins genommen es hat keiner reagiert ja und jetzt gehört ihm das ganze das ist kein witz das video dazu verlinke ich euch in der video beschreibung das mit diesem dennis hope kommt allerdings ziemlich am ende des videos ich sag's euch nur gleich ja und das geilste ist der typ verkauft für recht äh günstiges geld verkauft der typ grundstücke auf den mond der ist schwerer millionär deswegen hat man ihn wohl auch gewähren lassen denn er sagt ja nicht dass jetzt irgendjemand um erlaubnis frohge muss wenn er da hoch fliegt ja vor allem wenn die aufhange irgendwann gold und so zeig also sonder äh andere bodenschätze auch was weiß ich erdöl wahrscheinlich nicht vielleicht eher mondöl wir wissen was ich meine jedenfalls soll es da oben ja auch bodenschätze geben die werden irgendwann abgebaut er hat ja nicht gesagt dass die dann erlaubnis fragen müssen oder so das werden die auch bei den besitzern der grundstücke nicht tun die sollen recht günstig sein aber ich meine mein gott ja ich suche auch eine bude aber da oben wohnen wie soll ich da hochkommen wie soll ich da leben und vor allem ihr wisst ich hab was gegen pampa also was hol ich da wobei die ist was schon krass ist dass man ein grundstück auf den mond kaufen kann ich schätze wohl auf der andere planete verkauft dann noch nichts aber das kommt wahrscheinlich auch noch er sollte es halt nur wissen Entschuldigung also auf der rückseite des mondes auch zu diesem video verlinke ich euch was in die überschreibung auf der rückseite des mondes und auch auf dem mars und so da leben sehr wohlwesen ja das ist weiß man das geht halt nicht durch die mainstream-presse und so aber ihr wisst jo mainstream ist so besonders mein Ding also auf der rückseite des mondes und das ist bekannt das sind bauwerke und da wohnen aliens und das weiß man und die wohnen auch tief in unserer erde zum beispiel reptiloiden die gibt es wirklich die gibt es wirklich da gibt es Beweise für auch wenn es Leute gibt die wollen das nicht wahrhaben und so weiter und so fort auch im mars gibt es das ebenfalls also wenn er da auf der rückseite des mondes auch grundstücke vermieten sollte und es irgendwann wirklich mal einer da hoch schafft könnte das eventuell zu naja ich will jetzt als rare krieg aber zu problemen führen ja wie gesagt die leid von euch die mir jetzt nicht glaube guckt euch das Video das ist dazu verlinkt ähm zuerst geht es mit dem Video allerdings um Geheimlogen und auch darum darüber dass der schwarze Papst der ganz normal im Vatikan lebt man weiß auch wer das ist ähm der mächtigste mann dieser erde ist ja der mächtigste mensch dieser erde und ich sag immer mit dem Christentum stimmt fast nicht aber naja vielleicht wenn er das Video auch guckt dann ähm möchte er mich vielleicht ein bisschen mehr anyway es geht jetzt wirklich nicht ums Christentum es geht dann nur darum dass die Reptiloiden weiß man ja eigentlich dass hinterher dann eine ganze Politiker gegen jemand steht der dann sagt was die mache ja also obama als Schauspieler sogar die tappische Merkel ohne dass ich seinen Schutz nehmen will ich mag die Frage nicht aber sie ist eine Schauspielerin äh es ist wirklich eine Schauspielerin die gesagt bekommt was sie zu sagen hat und es wird vermutet beziehungsweise mehr wie vermutet das könnt ihr dann dem Video alles entnehmen das äh die Reptiloiden also die stehen auf jeden Fall dahinter man weiß nicht ob hinter den Reptiloiden wenn noch jemand steht äh viele sagen jetzt Tommi jetzt bin ich aber ganz durchgeknallt ich meine ja wenn ihr das Sklaven wollt was man euch glauben lässt dann macht das ich machs halt nicht und ich schlab aber auch nicht jeden Scheiß ich denk drüber noch ich denk wirklich über solche Sachen nach und äh und äh wenn es für mich Sinn ergibt und es ergibt einfach verdammt viel Sinn verdammt viel Sinn verdammt viel Sinn dann ja wie gesagt denkt der Mut drüber nur ja es wird übrigens auch vermutet dass äh die ganzen Planeten innen hohl sind was auch Sinn macht weil es heißt hier immer Erdkruste Erdkernblei was weiß ich Erdmuntel nix da wo ja es macht ja auch Sinn die Planete drehe sich jo alle die rotiere jo ja und was ist denn bei der Wäschmaschine zum Beispiel im Schleudergang wo ist denn die Gonswäsch die ist alles außer am Rand im Innere ist es hohl ja weiterhin wird vermutet ähm was ich jetzt nicht so glaube oder wie gesagt ich spart meine lieben Scheiß aber es wird auch oder es gibt die Theorie dass das in Wirklichkeit Eier sind und da innen drin also die doch nicht die doch nicht komplett hohl sind sondern da innen drin Embryonen anwachsen von irgendwelchen Riesenviechern und mir praktisch nur darauf leben so wie ich weiß nicht ob ihr schon mal Miesmuscheln gegessen habt da sind als auch so kleine Schneckchen drauf die da drauf liegen ja so ungefähr wäre das dann bei uns das glaube ich wieder weniger ja allein schon weil also es sind ja mehrere Planeten die haben verschiedene Formen verschiedene Farben alles alles verschiedene Konstanzen verschiedene was weiß ich Temperaturen da müsste ja dann jedes Vieh genau ein Ei wenn jetzt das alles irgendwie ein bisschen gleicher wäre ja dann wird das für mich Sinn machen aber da das ja alles viel zu verschieden ist glaube ich das weniger ja ich kann es aber auch nicht ausschließen ich habe da noch nicht runter gegraben und ich werde da auch nicht runter graben ja wie gesagt sowohl über die Reptiloiden als auch über den Typ der dem das Universum gehört verlinke ich euch in die Videobeschreibung ich empfehle euch das anzusehen ich empfehle es euch ernsthaft ist natürlich eure Entscheidung aber es ist wirklich hochinteressant auch wenn es zwei Vorträge sind die anfangs eventuell etwas trocken erscheinen also normal mache ich mir sowas auch zum Eichschlaufe aber das habe ich mir dann doch komplett normal im Wachzustand gebe weil es einfach finde ich zumindest dafür viel zu interessant ist um die Hälfte zu verschlöfen wie gesagt das ist aber eure Entscheidung die Links dazu sind in der Videobeschreibung und jo mehr weiß ich dazu jetzt nicht mehr zu sagen das Video ist möglich aber ist ein bisschen kratz aber man müsse es ja auch nicht unnötig ein Gelenk ziehen weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen bildet euch eure Meinung ja und ich sage jetzt noch mal tschüss und besta das ist 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 massiv die von von